An den Friedhof kommen wir leider nicht. Ja, grausam in dem Mond treiben wir in den Wänden im Süden, ihr Unwesen. Ich habe genug Mana. Das brauche ich jetzt noch. Viel zu große Verluste. Die Land wurden zurückgekehrt. Heil to the Kahanat! Aber wenn wir jetzt stoppen können, der Empire kann sich zurückkehren und zurückkehren. Wir können das nicht passieren lassen. Wir gehen weiter nach links, um alle unsere Städte zu gewinnen und die imperialen Pferden und Tempeln zu zerstören. Wir gehen nach links, um die Vugner Fortress zu gewinnen. Ich würde aber sagen... Wie mache ich das jetzt am besten? Aber wir machen einfach weiter. Orkanaat, ein mächtiger Schlag. Die Vugner-Festung ist die wichtigste Feste des Imperiums im Norden. Schon lange kämpfen Menschen und Orcs um ihre Kontrolle. Es wird Zeit, dass ihr wahrer Herr sie beansprucht. Die Vugner-Festung ist die Vugner Fortress zu gewinnen. Wir haben die Vugner Fortress zu gewinnen. Wir haben die Vugner Fortress zu gewinnen. Das ist nicht möglich. Die Kapitel ist besiegt von Elfen und Monster. Die Vugner Fortress zu gewinnen. Die Vugner Fortress sind viel zu stark für unsere Aktionen. Wir können die Magik nutzen, aber ich bin Angst, dass die Imperierungen die Vugner Fortress zu gewinnen. Die Vugner Fortress könnte sich nicht verbrechen, aber die Katapulten könnte es schädchen. Wir können ein wenig machen, wenn wir genug Wasser haben. Ich weiß, wo wir genug Wasser finden könnten. Ich sah eine Band von Oak-Monstern, die nach dem Elfen-Kamp. Sie werden die perfekte Läge für die Katapulten machen. Ich? Du denkst, das ist schlecht? Ich. Ich. Ähm. Wir sind unter Atacke. Was? Das ist nicht gut. Wo ist mein Scharmani? Das ist ich. Jetzt bin ich total verwirrt. Nicht, dass ich mich sonderlich stören würde. Also dich löse ich mal auf. Hm. Ihr seid Plünderer. Ja gut, die... Oh, hat er. Menschenstadt, Menschenstadt, Stadt, Elfenlager. Mandate, finde ich gut. Steinchen verkaufen. Warte. Warte. Äh? Achso, das war mein Geist, der es gerade aufgelöst hat. Du denkst, das ist schlecht? Die Gods sind glücklich mit dir, Berilus. Ich höre voices. Am ich zufrieden? Die Gods' axe spricht mit mir. Die Gods express their will through me. No mortal is prepared to hear the Cecil's voices. Take heart, Great Chief. The Gods heard your prayers and choose to be Makor's mentor in Dinmore. Oh, Gods! It is not time for praise. Cannat is too weak. The future is uncertain. Major challenges are waiting ahead. Also ja, erstmal das ganze Holz, was ich mitgebracht habe. Kann ich hier abseilen. Ähm. Weiter Steine verkaufen. Können auch gern noch den Chaos ring tragen. Aber verschirmschriftvoll wollen wir auch keine. Noch mehr Steine. Und noch mehr Steine. Joho! So. At last. Oh, einen Energieknoten. Den holen wir uns einfach mal. Oh, ist das ein Naturknoten? Ja, das ist ein Naturknoten. Der ist mir lieber. Äh. Oh, ein Goblin-Geschäft. Ist hier. Hier ist das Elfen-Lager. Das ist eine Goblin-Stadt. Wo man Karawanen holen könnte. Menschen-Stadt. Hm. Sehr viel Zeug hier. Brrrr. Selbst hier drüben ist noch jede Menge. Elfen-Stadt. Elfen-Lager, Org-Lager, Vion. Joho! Aber ich will erstmal den Knoten hier haben. Einfach, dass ich dort einen Geist beschwören kann. Hier hinten ist die Straße wahrscheinlich, durch die wir gekommen sind. Und so weiter. Oh, was ist hier oben? Noch ein Menschen-Lager, oder? Übungs-Gelände. Ja, Bären-Lager mit Grizzlies und Geister. Wir haben den Tragen. Wir haben die Trophäen. Wir haben die Trophäen. Wir haben die Trophäen. Oh. Meine Plünderer kriegen noch ordentlich auf die Ömme. So, heilen wir an alles. Den Energieknoten können wir aber auch gleich machen und dann müssen wir hier diese Straße abpassen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall Zugriff zum Naturknoten hier, was unsere Mana Regeneration verbessert. Also die Gobbos sind neutral uns gegenüber. Ja, Mion. Hier oben gibt es auch noch Krypten und so. In der Richtung gibt es nichts. Und ja, das ist die Festung, die wir einnehmen sollen. Hm. Groß scheint die Map nicht gerade zu sein. Ach, ich lauf falsch. Hm? Oh, der Energieknoten ist schon geräumt, oder? Oh, ne, ist er noch nicht. At last. At last. Der eine Geist macht verdammt viel Schaden, muss ich sagen. Ich frage mich auch immer wieder, wo die Vorrocks herkommen. So, den haben wir fast tot. Gut. Was ist das für eine Schriftrolle jetzt schon wieder? Magierresistenz. Hm. Grrr. Oh. Oh. Okay. Jetzt sondern. Untertitelung des ZDF, 2020